Denn Ägypten, ein Fußball-Fanatisches Land. Eckstoß, Abbas, im Vorwärtsgang der Dreier und dann gut durchgelassen. Jetzt die Chance zum 1 zu 0 und knapp. Akram und Younis Mammu, die eben schon so fein kombiniert sind. Und das hat Akram versucht. Assistentin, der nicht ganz zufrieden ist er nicht, Mohamed Abutreker. Fußballer vom Großklub Al-Ali in Kairo. Der andere Riese dort, Mohamed Nagy, auch bekannt unter seinem Namen Ghetto. In der Tat, hier haben wir das gut gesehen. Und der Schicksal, der stand eigentlich gut. Bietet sich jetzt unaufhörlich an. Der will diesem Spiel jetzt hier Struktur geben. Etwas zu kurz geraten, dieser Rückpass am Ende. Kein schlechter Chip. Peinliche Aktion, zumal solche Aktionen ja immer von der Zeitlupe entlarvt werden. Gut gespielt, jetzt direkt gespielt. Die Chance für die Iraker, El Haddad. Irakische Auswahl nicht ganz so hoch wie die an die ägyptische. Und einige feine Aktionen waren dabei. Und jetzt haben sie hier die Chance. Überzahl, jetzt muss der Pass gleich kommen. Und dann kommt er auch, aber es kommt auch, El Haddad. Das hat Akram ausgeführt. Aber steckt den Ball.